Ja, was bedeutet mir das Laufen? Das Laufen ist mehr und mehr in meinem Leben zu einer ganz großen Leidenschaft geworden, hat sich wirklich so eingeschlichen. Ich verbinde Laufen mit ganz viel Freiheitsgefühl und verbinde mittlerweile Laufen ganz gerne mit Reisen. Ich reise sehr viel innerhalb von Europa und laufe dort auf Wettkämpfen und erkunde laufend die Regionen in den Ländern. Wie hilft mir das Laufen im Umgang mit meiner Krankheit? Also es hilft mir in der Form, dass ich halt einfach weiß, dass Laufen können Luxus ist und dass es keine Selbstverständlichkeit ist und dass mir das jeden Tag genau das meine Motivation ist, rauszugehen bei Wind und Wetter und den Schweinehund zu überwinden, weil Laufen können ist Luxus.